Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein Video machen, das mir ziemlich interessant erscheint. Mal sehen, gestern haben sie uns einen Volkswagen in die Werkstatt gebracht. Das Problem, das ich hatte, war, dass der Turbo nicht funktionierte, also der Besitzer, der auch Mechaniker mag. Er hat sogar einen Fahrzeugscanner, er hat ihn in das Fahrzeug eingebaut und es ist kein Fehler aufgetreten, dann hat er natürlich gefolgert, dass das Problem nicht elektronisch war. Es wäre ein mechanisches Problem, dass die Maschine dann anfing, Foren zu konsultieren. Wissen Sie, mechanische Bastler Foren und jemand hatte gesagt, nein, das Problem hatte ich schon. Gleiches Modell, gleiches Fahrzeug und sie haben sicherlich das Problem, dass es ausfällt sie in der Vakuumpumpe oder den Bremsdrücker habe ich hier in der Hand, naja, mal sehen. Wenn diese Pumpe ausfällt, ist es nicht so, dass der Turbo nicht funktioniert, es ist, dass der Turbo nicht funktioniert, der Ecker wird nicht gehen und der Bremskraftverstärker funktioniert nicht und dieses Fahrzeug hat perfekt gebremst, okay, wie er hat das geendet, er hat ein Schrottstück genommen, es in sein Fahrzeug gelegt, das Stück hat perfekt funktioniert. Das Schrottstück auch, und schau, was am Ende das Problem war, hier hast du es, er hat das Vakuum durch. Dieses kleine Ventil verlorene Unterdruck ging und deshalb erreichte er das Turbomagnetventil nicht. Der Unterdruck erreichte das Turbomagnetventil nicht, also funktionierte der Turbo nicht, das war alles. Das Problem, das dieses Fahrzeug hatte, also wenn Sie es haben dieses Problem und auszuschließen, das ist die Vakuumpumpe, erste Überprüfung, ist, dass die Fahrzeugbremsen gut, wenn der Bremskraftverstärker arbeitet, es ist, dass sie Vakuum senden, okay, es absorbiert, dann wird die Vakuumpumpe richtig funktioniert, ist es in Ordnung, einmal, dass du schon die Schläuche und alles überprüfst, den Rest, bis zum Ausfall, habe ich viele Videos gemacht, wenn der Aktuator ausfällt, wenn ein Magnetventil ausfällt und so weiter, naja, hier ist das Video und ob es nützlich war für dich, vergiss nicht, den Kanal zu mögen und zu abonnieren. Vielen Dank.